Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge What The Film Are We Watching. Ich bin der Gastgeber Matthias und heute ein fantastischer Gast an meiner Seite mit übernatürlichen Filmfähigkeiten, Nikolai. Was eine Introduction. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Hast du eine Lieblings-Talkshow gehabt oder hast noch eine oder eine, die du regelmäßig mal eine Zeit lang geguckt hast? Ich würde nicht sagen, dass es eine Talkshow wirklich war. Ich war und bin auch immer noch sehr großer Fan von Saturday Night Live. Auch wenn das eher eine Sketch-Show ist, aber ich würde es jetzt grob trotzdem mal in diese Kategorie einordnen. Und ich hatte eine Phase, in der ich viel Neo Magazin Royale geschaut habe, wenn man sich jetzt aufs deutsche Fernsehen konzentriert. Und du? Talkshow Enthusiast? Nee, also was jetzt die amerikanischen Talkshows angeht. Vielleicht habe ich mal eine Zeit lang ab und zu mal eine Folge geguckt auf YouTube irgendwie, aber jetzt nichts verfolgt. Vielleicht John Oliver noch am regelmäßigsten. Auch das keine klassische Talkshow. Also eigentlich ist es eine Monologue-Show. Aber dafür, in Deutschland ist es ja gut, wir haben Late Night Berlin noch als Aushängeschild hier in Deutschland. Aber sowieso was, was in der deutschen Kultur ja nicht ganz so groß ist, wie es in den USA ist, beziehungsweise mal war. Denn wir sprechen heute über Late Night with the Devil. Ein Film, der aus dem letzten Jahr jetzt zu uns rüber geschwappt ist, beziehungsweise schon deutlich früher in den USA gestartet ist. Und jetzt bei uns in den Kinos ist. Ein Film eines australischen Brüder-Duos, die Kernis Brothers. Ich spreche sie mal so aus. Cameron und Colin. Sind nicht ganz so bekannt in der Branche. Allerdings ist das schon ihr dritter Spielfilm und auch ihr dritter im weitesten Sinne Horrorfilm. In der Hauptrolle David Destmark-Kian. Spreche ich ihn richtig aus? Ich habe den Namen vorher noch nie gehört, deswegen kann ich das leider weder bestätigen noch verleihen. Ich habe seinen Namen noch nie ausgesprochen. Allerdings ist sein Gesicht eigentlich relativ bekannt. Woher? Vielleicht eins der prägnantesten Nebenfiguren-Gesichter. Hat in vielen Denis Villeneuve-Filmen mitgespielt. Zuletzt auch in Oppenheimer mitgespielt. Den Dune war er auch wieder dabei jetzt. Sehr markantes Gesicht. Auch bei Prisoners spielt er einen zwischendurch Verdächtigen. Er hat halt so ein sehr markantes, schattiges Gesicht, finde ich. Und hat jetzt seine erste Hauptrolle eigentlich in einem Spielfilm zumindest auf der Bühne. Markantes Gesicht, ja. Ich muss ehrlich gestehen, dass der mir so noch nie aufgefallen ist. Late Night with the Devil. Wir springen mit dem Film zurück in die 70er und folgen dem Talkshow-Host Jack Delroy, der seine Show Night Owls, ist das richtig? Erinnere ich mich richtig? Postet und versucht, in diesem Business durchzustarten, was am Anfang einigermaßen erfolgreich läuft. Aber er kommt nie wirklich ganz oben an. Er leidet dann einen Schicksalsschlag. Seine Frau erkrankt an Lungenkrebs, stirbt. Er nimmt eine kurze Pause, kommt wieder zurück. Die Quoten gehen aber immer noch nicht nach oben, sondern nach unten. Bis sie sich an Halloween entschließen, ein Special zu senden. Mit Gästen aus dem Bereich der übernatürlichen, paranormalen Aktivitäten. Um irgendwie zu versuchen, die Quoten mit dieser Sendung wieder nach oben zu bringen. Und was dann passiert, grenzt an der Übernatürlichkeit. Das Ganze ist eingefangen als Found-Footage-Film. Also wir sehen quasi in Echtzeit diese aufgenommene Sendung, wie sie damals in Anführungsstrichen aufgenommen wurde. Und jedes Mal, wenn wir in die Werbepausen gehen, sehen wir Behind-the-Scenes-Footage. Angesiedelt im Horrorbereich. Auch wenn er, ich würde mal behaupten, wenn man drei Horrorfilme aus dem Mainstream-Bereich jeglicher Art irgendwie mal gesehen hat. Ein Film, der nicht sonderlich schockiert oder durch seine Horrormomente glänzt. Aber zugleich ist das auch ein bisschen Teil des Konzepts. Es geht vor allen Dingen auch um die Verortung des Films in den 70er Jahren, wo Okkultes und Sekten ein großes Thema sind. Es ist auch die Zeit nach dem Vietnamkrieg. Es ist die Zeit aber auch der Talkshows. Es gibt verschiedene Referenzen in diesem Film, unter anderem auch zu Johnny Carson, der ja tatsächlich der vielleicht größte Talkshow-Host in Amerika war, der die Late-Night-Show 30 Jahre lang, 62 bis 92, moderiert hat. Und es geht auch um das Business, das Bestehen in diesem Business. Es geht um Machtkämpfe. Es geht aber auch um uns Zuschauer. Was konsumieren wir Fernsehen? Was haben wir für eine Beziehung auch zu der Manipulationsfähigkeit von Bildern, die wir im Fernsehen konsumieren? Ein Film, der deswegen, ich denke, einiges zu besprechen hat. Ich hoffe, du weißt, über welchen Film wir heute sprechen in dieser Folge, Nikolai. Denn im Kino wusstest du eine Zeit lang nicht, in welchen Film wir gehen. Ja, ich weiß, über welchen Film wir heute sprechen. Und ich habe dann nochmal auf dem Heimweg die Nachricht durchgelesen. Und ich weiß wirklich ehrlich gesagt nicht, wie mein Hirn aus Late Night with the Devil I Saw the TV Glow gemacht hat. Aber nachdem ich dann doch die ersten Bilder gesehen hatte und spätestens, als man das Logo gesehen hatte, wusste ich, in welchem Film ich sitze. Aber den anderen Film, den schauen wir ja eventuell auch noch. Nikolai, als großer Liebhaber von Horrorfilmen, was hast du aus Late Night with the Devil mitgenommen? Gar nicht so viel Horror. Aber was ich sehr mag, ist das Setting. Man ist ja an so Found-Footage-Filme, Horrorfilme sehr gewohnt. Ich finde, das ist eine ganz andere Herangehensweise und sehr ungesehen gewesen, das einfach mal in Echtzeit zu erleben. Und auch mochte ich den Wechsel sehr von 4 zu 3 TV-Film-Look auf dann wirklich gestochen scharfes Scope in schwarz-weiß, wenn wir in der Werbepause waren. Also wirklich sehr ungesehen. Auch damit hat man visuell, finde ich, gut gespielt, weil du einfach einen gewissen Kontrast hast, aber auch gesehen hast, wie es eigentlich weiterläuft, aber trotzdem dich manchmal gefragt hast. Dir geht ja durch schwarz-weiß einfach immer ein bisschen Informationen flöten in einem Farbfilm. Also das fand ich einfach sehr, sehr clever gelöst. Das Setting allgemein, sehr interessante Zeit. Doch irgendwie auch ein bisschen, auch wenn es eine komplett fiktive Geschichte ist, schön in diesem Zeitgeschehen verortet. Also dass es irgendwie einen guten Kontext hat. Und deswegen fand ich, da geht es gar nicht so sehr um den Grad von Horror, wie viele Schockmomente da jetzt drin sind. Aber das Erschreckendste, glaube ich, an dem Film fand ich, wie wenig sich Late-Night-Shows von ihrem Konzept und Look zu heute geändert haben. Das sind einfach 50 Jahre. Und die sind noch mit der Musik, mit den Zwischenbildern, wie die Kameraeinstellungen sind, komplett gleich. Das ist ein Horrorfilm, der nicht den Sinn hat zu schocken, sondern eine Story zu erzählen. Und da stehen Charaktere im Fokus. Von daher, erster Eindruck auch nach dem Kino war echt gut. Viele Themen drin, die du auch schon angesprochen hast, über die wir gleich auch noch ein bisschen tiefer sprechen können. Aber ja, das war mein erster Eindruck. Wie war es bei dir? Du wusstest ja, auf welche Filme du schaust. Ja, ich wusste, ich hatte nur einen Teaser oder Trailer mal angefangen zu gucken. Und die einzige Information, die ich hatte, ist, dass das so eine Art Exorzismus in einer Talkshow sein würde. Dass der Film dann so Found Footage ist, war mir dann neu. Und auch, dass die thematische Ebene, dass wir einen Host haben, der irgendwie versucht, mit Tricks und Manipulationen eine Show zu kreieren, die irgendwie Quote macht. Es geht ja viel auch um Ausnutzung dieser Gäste. Allen voran dieses jungen Mädchens, die ein Opfer ist einer Sekte, die Massenselbstmord begeht und dann überlebt. Und dann ist sie aber scheinbar von einer Dämonmacht besessen und ist dann in Therapie. Wird dann aber auf die Bühne gezerrt. So diese Ebene fand ich dann sehr schnell sehr gut. Ich mochte dieses Intro auch sehr gerne, diese Verortung und einen Voice-Over, die in die Geschichte reinführt. Ja, ich finde, das haben sie wirklich richtig clever gemacht, weil sie es geschafft haben, die Vorgeschichte von unserem Show-Host, von Jack, zu erzählen. Und das aber gleichzeitig in diesem Jahrzehnt zu verorten, in dem TV noch was komplett anderes war, als es heute ist. Also wo einfach ungefiltert wirklich alles im Fernsehen zu sehen war. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass amerikanisches Fernsehen natürlich ist. Aber da wurde ja wirklich Krieg, Verbrechen, Mord, alles Mögliche einfach Kamera drauf gehalten und gezeigt, ohne irgendwie darüber nachzudenken, was das ist. Ich finde, das ist auch sehr interessant, weil Jack das ja auch irgendwie während der Show dann mal sagt so, ja, falls sie das jetzt verstört hat, was sie vor der Werbepause gesehen hat, sorry. Da gab es noch keine Ratings, keine Sehempfehlungen und Sonstiges, sondern das wurde einfach gemacht. Ja, ein Film, in dem sehr viel drinsteckt. Und ich finde, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu erkennen, was der Film machen will, weil er in der ersten Hälfte relativ straightforward ist, erwartbar ist. Man muss auch sagen, dass das Ende relativ vorhersehbar ist. Also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Diese tiefere Ebene dahinter hat man schon so gesehen. Deswegen würde ich sagen, die Prämisse des Films, die Ideen, die da drinstecken, fand ich wirklich interessant. Die Ausführung ist an manchen Stellen ein bisschen holprig. Ich fand auch, dass ich nicht so ganz mit dem Host mitgegangen bin. Also was genau fühle ich eigentlich für ihn? Aber ich finde, dass der Film eine Sache wirklich gut macht oder die ich gut fand einfach in diesem Film, dass du bis zum Ende eigentlich nicht wirklich sagen kannst, was passiert ist in dieser Sendung. Was war davon übernatürlich? Was war real? Was nicht? Also es gibt ja Hypnose, die dann da stattfindet und Massentäuschungen. Wir sehen Dinge, die gar nicht so passiert sind. Aber dann sehen wir trotzdem übernatürliche Dinge und ein besessenes Mädel, das mit so einer Dämonenstimme spricht. Und ich finde es ganz spannend, dass der Film uns keine Lösung gibt und dass man eigentlich für sich selbst eigentlich aussuchen kann, was der Film einem sagt. Ja, auch so ein bisschen, was ist echt, was nicht, was man da gesehen hat. Ja, und damit spielt er halt so ein bisschen. Aber ich fand die erste Hälfte zu teilen auch, ich will nicht sagen langweilig, aber sie war halt so, ja, okay, also nächster Gast, der spuckt jetzt ein bisschen Exorzistenplasma durch die Gegend und dann schwebt der Stuhl, auf dem sie sitzt. Also ich muss sagen, dass ich das eigentlich ganz gut fand, weil der Build-Up noch sehr natürlich war, um einem wirklich glauben zu lassen, dass das eine normale Late-Night-Show ist, die dann natürlich alles andere als normal ist. Weiß nicht, ob sie sich hinten raus trotzdem einfach ein bisschen zu einfach gemacht haben, das Ganze aufzulösen, weil es doch ein bisschen dünn wird, habe ich das Gefühl. Also die Motive werden dann doch nicht so klar und es wird eher, ja, eigentlich lose dahingestellt. Und das ist das, wo ich noch unschlüssig bin, ob das den Film nicht gut getan hätte, hier die eine oder andere Sache noch tiefer zu ergründen, wirklich auszuerzählen oder auch da noch Motive stärkere zu vergeben. Ja, ich weiß nicht, wie sehr der Film in einer zweiten Sichtung standhalten würde, im Sinne von, finde ich neue Details, finde ich es genauso spannend wie beim ersten Mal oder ist es dann so, ich weiß, was ich meine? Also Vermutung jetzt wäre tatsächlich, dass es da nicht so viel gibt, weil man hat tatsächlich, weil man befindet sich ja immer im gleichen Setting und man hat echt viel Zeit, sich umzuschauen, was dort alles ist und passiert. Und ich finde, die Sachen, die man sehen sollte, wurden schon sehr stark in den Fokus gerückt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Film, also man kann den Film auch so lesen, dass er mit den Erwartungen, auch den Horrorerwartungen des Zuschauers spielt. Also man könnte natürlich argumentieren, der Film hat schwache Horrormomente und Horrormomente, die man irgendwie alle schon gesehen hat, wenn man Poltergeist und Exorcist gesehen hat. Aber ich glaube, dass der Film auf eine gewisse Art und Weise auch genau damit spielt, mit dieser Sensationsgier, die wir als Zuschauer haben, dass da noch was Krasses passiert. Und auch das fand ich stark. Nur als Kommentar dazu. Ich würde kurz strukturiert vorgehen, und zwar anfangen mit dem Found-Footage-Style, den der Film fährt. Ich war ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, weil die Behind-the-Scenes-Aufnahmen sind keine Behind-the-Scenes-Aufnahmen, sondern sie sind sehr szenisch. Fast schon mit Schuss, Gegenschuss. Sie sind total nah dran an den Figuren. Und wir kriegen eigentlich mit, was die Figuren denken. Also das ist jetzt kein authentisches Behind-the-Scene-Footage. Und auch gegen Ende, wenn wir ins Finale gehen, haben wir fast schon eine Art Traumsequenz von Jack. Also da sind wir nicht mehr im Found-Footage. Also das hat der TV-Zuschauer zu Hause nicht gesehen. Sondern das findet eigentlich im Kopf statt. Und da bricht der Film ja ganz bewusst damit. Zum Teil hat mich das ein bisschen rausgenommen aus dieser authentischen Sichtung einer TV-Sendung. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir da ging mit dem Found-Footage-Style. Ich fand das gar nicht so, mich hat das tatsächlich gar nicht so rausgerissen, jetzt wo du es sagst. Ja, hätte man das natürlich noch spannender machen können, dass einfach eine Kamera nach links gedreht wird. Und dann, ich weiß nicht, ob das dann auch komisch bewirkt hätte, weil halt zufällig da dann der Showrunner und Jack sprechen, die du gerade so hörst, ob das dann nicht vielleicht ein bisschen zu obvious war. Deswegen, mich hat das tatsächlich nicht so gestört. Hinten raus, wenn wir in diesem fast ja schon visionsartigen Teil sind, da habe ich mich schon gefragt, ob das nicht, also ja, schon irgendwie passiert es im Kopf von ihm, aber habe mich trotzdem auch immer wieder gefragt, oder ist das vielleicht doch real? Und irgendwie der, ich weiß nicht, ob wir an der Stelle schon spoilern sollen, aber der Dämon, der in Lily ist, ob der das vielleicht nicht irgendwie steuert und produziert. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen Wunschdenken von mir gewesen, weil ich diesem Dämon einfach ein bisschen mehr Story und Motiv gegeben hätte, glaube ich. Vielleicht hätte man aber auch stärker brechen müssen und auch aus diesem 70er-Jahre-Look komplett rausgehen müssen, sodass man wirklich dort Farbe, dass man wirklich einen Bruch hat, weil den hatte man visuell nicht so stark, was aber natürlich das Ganze verstärkt, dass du nicht so ganz weißt, wo bin ich gerade eigentlich, weil da ja doch auch in der Sequenz sehr damit gespielt wird. Jack weiß ja selber nicht, was mit ihm gerade eigentlich so wirklich passiert passiert in dem ganzen Ding und adressiert zwischenzeitlich die Zusehenden mit schaltet aus, schaltet ab und guckt euch das nicht an. Also der adressiert einen ja direkt. Jetzt ist der Film ja eine Mischung aus Horror und Satire eigentlich schon. Das ist ein ganz starker Kommentar auf das Business, wie das funktioniert. Definitiv. Wie hast du die Figur von Jack interpretiert und im Zuge dessen, was ist in dieser Sendung wirklich passiert und was nicht für dich? Und was ist vielleicht die große Metapher, die dahinter steckt? Denn wir sehen ja, wie er sowohl in der Vorblende als auch in der Nachblende diesen TV, diesen Vertrag unterschreibt mit den Studiobossen. Er ist auch Teil eines eines Eliten-Kultkreises, Clubs, der sogar angelehnt ist an den real existierenden Bohemian Growth Club. Ja. Wie viele Dinge diesen Film vorkommen an reale Geschehnisse angelegt sind. Was war für dich am Ende übernatürlich, tatsächlich übernatürlich gewesen und was nicht? Und was ist vielleicht in Jacks Kopf eigentlich nur vorangegangen? Ich glaube, dass so die Message in Bezug auf Jack schon so ein bisschen die sein soll, dass im Showbusiness alles seinen Preis hat. Ich habe das schon so interpretiert, dass er diesen Vertrag mit dem Teufel unterschrieben hat, sozusagen um jeden Preis irgendwie berühmt zu werden. Lustigerweise tauchen da auch an sehr, sehr vielen Stellen sieben mal auf. Und das war ja das Halloween-Special 1977. Sieben Jahre, nachdem er dieses Ritual gemacht hat, ist seine Frau auch verstorben. Und da gibt es auch irgendwie so einen Spruch, dass der Teufel sich nach sieben Jahren seinen versprochenen Preis sozusagen abholt. Und all solche Dinge, das passt da irgendwie alles zusammen. Und ich glaube, dass das definitiv so der der hauptrote Faden von Jack darstellen soll. Komischerweise habe ich ihm diese Rolle gar nicht so sehr abgekauft. Er wirkte nicht so erpicht darauf, unbedingt diesen Erfolg zu haben, finde ich. Man wusste eine lange Zeit nicht genau, ist er der Gute hier oder der das Opfer oder der Böse. Und irgendwie so auch in den, es kam schon ein bisschen mehr durch, wenn man nicht auf Sendung war. Aber er hat selbst auf Sendung irgendwann, finde ich, ist er so in den Hintergrund gekommen. Und also ich weiß nicht, ob man da noch mehr mit hätte spielen können, dass er versucht, diese Sendung am Laufen zu halten, weil für mich war auch schon sehr, sehr viel vor ihm klar, dass ihn dieser Dämon schon kennt und mal gesehen hat und dass da irgendwie eine Connection ist. Und deswegen war auch das für mich wenig überraschend, aber auch da war irgendwie bei ihm gar keine Reaktion darauf, dass der Dämon ihn da direkt adressiert, dass sie sich kennen und das war, er weiß, er war irgendwie nicht so greifbar als die Person, die er, es hätte ja stärker ausgearbeitet, sein Können in der Hinsicht, glaube ich. Wie nimmst du das dann wahr? Also insgesamt, also der Film suggeriert ja, dass der Teufel oder dieser Dämon, der, von dem das Mädel besessen ist, von Anfang an die Show manipuliert. Also er ist derjenige, der diesen Hochstapler am Anfang auf einmal da so rumspeien lässt und dann stirbt er ja sogar offscreen und diese, keine Ahnung, diese Blitze, die im Studio passieren, so. Und also ich, der Film heißt ja Late Night with the Devil und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Also man kann auch sagen, dass Jack the Devil ist, sozusagen, als Host, weil er den Pakt mit dem Teufel eingegangen ist, um, also in Anführungsstrichen mit dem Teufel alles, man kann ja alles als Metapher lesen, um, der, der selbst seine Frau preisgeben würde, um erfolgreich zu sein im, im Showbusiness, sozusagen. Und das, also die Auflösung ganz am Ende ist ja nun mal im allerletzten Bild, das wir sehen, sehen wir Jack mit dem Messer, wie er, ähm, das Mädel, ich sag immer das Mädel, wie heißt sie denn? Lilly. Lilly, danke. Äh, wie er scheinbar Lilly umgebracht hat und es suggeriert auch, dass er eigentlich alle anderen Gäste auch umgebracht hat in irgendeinem Wahnsinns-Rage-Mode. Ich mag das, ich mag das, dass selbst, dass selbst der Teufel im Publikum eigentlich sitzen kann. Also der Film spielt ja sogar mit diesen Kostümen, die in dem, im Publikum platziert sind, dieser, äh, Skeleton-Man, der da sitzt. Ja, da dachte ich die ganze Zeit, dass irgendwas noch mit dem passiert, weil der sowohl im Publikum saß, als auch bei dieser Zeremonie irgendwie dann mit dabei war. Ja. so ein bisschen, da, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen vertane Chancen waren. Ich glaube, da stecken auch viele Referenzen drin, entweder zu anderen Filmen oder zu, zu okkulten Fakten, die wir vielleicht auch nicht kennen und nicht sehen können. Ja, die Hexe aus Wicked saß im Publikum. Deswegen, also genau damit spielt der Film ja ein bisschen, dass wir, wir glauben nicht an das Übernatürliche, aber wir erwarten das von dem Film. Wir erwarten von einem Horrorfilm, dass er uns das gibt. Und am Ende kann alles halt eine Metapher für die Gear Jacks sein, aber auch des ganzen Businesses. Sein Showrunner ist ja eigentlich noch das größere Arschloch am Set. einfach nur nach Quote und diese Sensationsgeilheit irgendwie und irgendwie man hat sich ja auch so ein bisschen als der Car, der Illusionist dann alle hinters, oder alle hypnotisiert und ihnen zeigen möchte, dass das einfach nur einfache Tricks waren. Ich finde, da hat man sich auch gut, also ich mich zumindest gut hinters Licht geführt gehabt, weil ich war mir wirklich nicht sicher, bis man in der Sendung dann das Ganze nochmal angesehen hat, war das jetzt echt oder nicht und das, also diese, diese, überhaupt dieses Spiel mit, was ist Realität, was ist, was ist Fake, was sind da für Tricks im Fernsehen sozusagen möglich. Es war aber doch irgendwie dann gefühlt wieder nicht so stark, weil das über so ein, die, die Auflösung, aber das ist, glaube ich, wirklich, man erwartet halt mehr, dass da so eine, und das habe ich aber auch irgendwie von diesem Dämonen erwartet, weil nachdem sie ja das Footage dann auch nochmal angucken und gegenprüfen wollen, war denn diese, diese Dämonen Hervorrufung von Laura mit Lily echt und dann diese Silhouette von Jacks verstorbener Frau auftaucht, die ja irgendwie dann hervorruft, dass der Mr. Riggles, heißt er, der Dämon aus Lily wirklich komplett ausbricht und einmal um sich dreht. Ich hätte dem auch noch so ein bisschen, weiß ich nicht, der hat ja auch irgendwie eine, der fehlte so ein bisschen die Motivation, warum hat er genau dieses Mädchen besessen und genau, wollte genau in diese Show, weil er ja doch irgendwie auch so ein bisschen, ich hatte immer dieses Gefühl von, ist es jetzt Lily oder ist es Mr. Wiggles, der dort eigentlich sitzt, so ein bisschen, will er eigentlich die große Bühne so und so, auch da hätte man nochmal was, eine Ebene draufpacken können, von wegen, ich meine, das ist eine krasse Interpretation, aber von wegen, das Fernsehen verteufeln und das dort sozusagen der Niedergang der Gesellschaft durch die Medien so ein bisschen, aber auch, ja, dass dieses, dieses, so ein Medium ist, wo du Schlechtes verbreitest so ein bisschen und das sich natürlich auch oder um die, auf diese, diese Macht dieses Mediums hinzuweisen, dass das nicht nur für Gutes, sondern auch eben ein Dämon und was Schlechtes sich diese Medien zu Nutze machen können, um ihre Message zu verbreiten und das, dieser Gedanke war dann irgendwann so sehr verpufft, weil das einfach nicht stattgefunden hat. Ja, ähm, gehe ich mit, manche Sachen, ich will nicht sagen, dass sie nicht zu Ende gedacht sind, sondern der Film hat hier noch eine kleine Idee und hier noch eine kleine Idee und eine kleine Spielerei, ob es dann wirklich dem Gesamtbild noch was hinzufügt, weiß man irgendwie manchmal nicht so ganz, vielleicht hilft dann ein zweites Mal angucken, aber was der Film natürlich auch macht, ist damit zu spielen, dass alle, wirklich alle, ähm, sowohl Host als auch Gäste als auch Zuschauer äh, den Ruhm suchen. Also selbst Lily, äh, setzt sich ja so ganz awkward hin und lächelt so in die Kamera, was so ein bisschen gruselig ist, aber es ist halt auch das junge Mädchen, das zum ersten Mal im Rampenlicht steht und vor einer Kamera steht und versucht zu performen halt, ne? Ja. Aber das hat, das hat mich eben immer so meinen lassen, so hey, ist das denn überhaupt noch Lily oder sitzt da schon bis der Wiggel? Ja, genau das, ja, ja. Das, ja, es ist viel drin, aber es ist so ein bisschen, nichts, nichts ist so, so steht im Vordergrund, habe ich das Gefühl. Ja. Vielleicht kann man uns damit zusammenfassen, dass der Film mich am Ende nicht ganz gepackt oder gefesselt hat. Äh, auch die Tatsache, dass wir eine Live-Show gucken, hätte vielleicht noch intensiver geschrieben sein können, dass man wirklich da sitzt und das Gefühl hat, vom Fernseher zu sitzen. Andererseits, wir sind es ja kaum noch gewohnt, Shows ganz im Live-TV anzugucken. Ähm, zumindest viele von uns jetzt nicht mehr. Ähm, nur kurzes Add-on, äh, selbst der, der Skeptiker, Car, genau, ähm, versucht, alles zu widerlegen, aber er macht dann auch da eine Show draus, ne? Also alle, alle machen eine Show eigentlich und keiner ist wirklich echt und jeder performt die ganze Zeit da drin, weil das so eine, eine toughe Umgebung ist, wo du ständig den anderen überbieten musst die ganze Zeit. Ja, eine, eine Sache zum Schluss noch, ähm, wie du das interpretierst, ähm, Jack hat ja dann diese Visionen, ist im Studio, ist am, am Sterbebett seiner Frau, ist bei diesem exklusiven Club in diesem Wald mit dieser Zeremonie und ganz am Ende finden wir ihn im Studio, wie er den Dolch dieses Kults, ähm, oder ja, in Dilli gesteckt hat und sie ermordet hat, auch so ein bisschen vielleicht den Dämonen besiegt hat. Wie interpretierst du das Ende? Ja, das Ende. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil seine Frau davor, also er sieht ja in dieser Version auch seine Frau im Sterbebett und sie sagt, you know what price you have to pay, irgendwie sowas. Und erst dachte ich, sie bezieht sich auf, auf sich selbst oder den Vertrag, den er tatsächlich unterschrieben hat mit Hollywood oder den Studiobossen da. Aber im Ende könnte es auch sein, der Preis, den er zahlen muss, ist jetzt, äh, seine Karriere aufzugeben und das macht er in dem Sinne. Also, wenn man den Film weiterdenkt, dann, man hört die Sirene im Hintergrund, ähm, ja, beziehungsweise, ja, sorry, also er wird für sein Verbrechen büßen müssen, jetzt wahrscheinlich, falls es so interpretiert wird, also, ja, dahingehend, da wäre meine Interpretation, nämlich er, er möchte ja um jeden Preis berühmt werden, aber niemand, wahrscheinlich war er in seinen Anforderungen an den Teufel nicht spezifisch genug, in welchem Kontext er berühmt sein möchte, weil selbst als, äh, hey, ich habe den komplett, die, die kompletten Gäste meiner Late-Night-Show umgebracht, würde man zu der Zeit berühmt werden. Im, natürlich in keinem positiven Sinne, aber der war danach definitiv in der Presse und sehr, sehr bekannt. Ja, also, klar, man kann es auch so weiterdenken, ich meine, das ist ja die Zeit kurz nach Charles Manson und dessen Morde, er ist ja auch eine Celebrity gewesen eigentlich in den Medien. Vielleicht ist das ein Kommentar auch darauf, ja. Ja. Würdest du diesen Film empfehlen? Als, also ich würde sagen, fürs Horror-Genre ist das eigentlich dieses Jahr schon ein Film, den man anschauen sollte, finde ich, einfach, weil er viel Diskussionsstoff bietet für einen Genre-Film. Ich war überrascht, wie, also wie viel Spaß mir gemacht hat, danach, äh, da noch was reinzulesen. Deswegen, ein Film, den ich jetzt nicht nochmal sehen muss, wahrscheinlich, aber ich bin irgendwie froh, ähm, und die Podcast-Folge zeigt jetzt auch lange Folge, wir haben sehr viel besprochen, ähm, da steckt was drin, deswegen, Überraschungs sollte man gesehen haben, oder, äh, Geheimtipp sollte man gesehen haben, vielleicht. Ja, würde ich so unterschreiben. Neue Ideen, viel drin, vielleicht an der manchen, an manchen Stellen einfach noch nicht super ausgereift, aber ich glaube, dass vor allem Horror-Fans und Siniasten mit dem Film was anfangen können. Letzter Fun-Fact am Rande, es gab einen Mini-Shitstorm, äh, bei dem Film, weil er die, die Werbetafeln, die zwischendurch eingewendet sind, AI generiert sind, ein sehr kleines Team, ich glaube, die Producer waren gleichzeitig auch die VFX-Artists, äh, in dem Film, äh, die Regisseure haben sich entschuldigt und breit und lang erklärt, dass es einfach auf Budget geschuldet ist, ähm, aber gut, wie es halt so ist im Moment, ähm, es gab einen kleinen Aufschrei, kann jeder für sich entscheiden. Es ist wichtig, dass man drüber redet. Ja, aber ich gehe mal davon aus, äh, dass, ähm, wir das noch öfter sehen werden jetzt. Ja. Wenn ihr den Film gesehen habt, was ist eure Meinung? Wie fandet ihr Late-Night-Show with the Devil? Lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns ganz einfach schreiben, äh, auf Social Media findet ihr uns unter at WTF aww-podcast oder wenn ihr auf Spotify hört, dann könnt ihr auch ganz einfach am Ende der Episode eure Meinung da lassen. jetzt heißt es vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und gute Nacht. Vielen Dank, gute Nacht, wir hören uns. Hä? Seid ihr schon fertig?